Eine Nasenkorrektur in Schnelldurchlauf und jetzt die Behandlung bei einem Mann. Diese Nase sieht schon sehr kräftig aus, es hat einen leichten Bogen und hier sehen wir parallel auch die Altersstruktur von Patienten nach Schönheitsoperationen. Aber zurück zur Nasenkorrektur, man sieht hier dann wie schön das Ganze, wie gerade und charismatisch und passend zu dem Mann das Ganze behandelt wird. Man sieht da noch die Hyaluronsäure und wenn jetzt das Ganze an der richtigen Stelle mit der richtigen Dosierung platziert wird, kann das so harmlos aussehen und so zum Nachahmen verleiten. Allerdings ist es halt eben eine sehr sehr feine Arbeit und wenn man das nicht in der richtigen Schicht platziert, bekommt man nicht so ein schönes Ergebnis. Und das Ergebnis kann sich denke ich sehen lassen, es ist wieder eine sehr charismatische männliche Nase ohne Anzeichen dafür, dass hier eine Behandlung stattgefunden hat. Und der Patient kann sich denke ich hier wohlfühlend nach Hause gehen.